Hallo, ich bin der Patrick. Ich arbeite seit zwei Jahren ungefähr bei Scherkube Spezialtüren, habe ein duales Studium abgeschlossen und dabei Holztechnik studiert in Rosenheim. Mein Arbeitsalltag ist eigentlich nie gleich, er ist sehr abwechslungsreich. Eine große Herausforderung ist auch immer, die Daten an die Maschinen zu bekommen. Das ist natürlich eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Einfach, damit der Produktionsfluss nicht gestoppt wird. Beim ersten Fräsen fahre ich ganz langsam das Programm ab, damit ich mir sicher bin, dass kein Fehler im Programm vorliegt. Nach der ersten Testfräsung überprüfen wir direkt an der Tür nochmal, ob die Fräsungen, die gemacht wurden, auch mit dem übereinstimmen, was wir programmiert haben, bevor wir anschließend das Programm automatisch laufen lassen. Das Schöne am dualen Studium ist, dass man sowohl die Theorie lernt, aber gleichzeitig auch die praktische Erfahrung im Unternehmen sammeln kann. mehr durch haya ... wurden